ja es werden wir heute den Schmerz gehen sind aber ich glaube um die hier schon wieder neue Skin Alter schon wieder neue Skin der ist super warte ich komme jetzt wieder dieses Camp schreibt jetzt eben ich schreib jetzt herrsteck neben Klasse in die Kommentare ich mache mir bald wieder nur noch an das Plätzchen und Schau bist du? du bist geläfft das? ja ja ich komme gleich wieder keine Sorge aber warum mit dem anderen ich will mit dieser Kunde wieder spüren in die Mannschaft oh lol so so ist das Schöschte PXP Schnell so ganz kurz muss man es können zeigen und hier ist die sind im Ernst versteckten Klasse es ist unter Hose oder sich nicht auf Deutsch ist es unter Hose keine Ahnung keine Ahnung ich glaube das ist unter Hose fragt jemand aus den Kommentaren der gerade ins Film guckt um zwei also die Auswahl ist nicht so groß willst du Gap es? ja, kriegst du Gap es was spiel dir? WOL! tschüss, febrot was spiel dir? ähm, wir spielen Minecraft wir bauen jetzt was auch wegen Seller äh, wir bauen jetzt was also auf warte, quasi ey, ähm, warte mal also ich mach will jetzt so machen, dass wir hier halt so wie so ein Berg außenrum haben ich würde, ich würde, ich würde erst mal so alles das muss richtig große Map sein, ne? ne, guck mal, ganz gut warte, warte mal kurz, wo ist das Born? Hier ist das Born hier ich mache mir ja einmal ne, das können wir ändern das können wir ändern da kommen wir hier, aber hier stellen, völlig das wird es nicht ändern, aber wir können so machen ich würde, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde, den Born, das Born bauen ja, aber lass doch essen, warte, lass doch essen, die Dinge aussehen ich würde es erstmal so Berg außenrum machen also wie so eine Schlucht und hier drin machen wir jetzt dann quasi wie so ein Eingang zu einem, zu dem Haushalt ja, können wir machen aber ich würde, ich würde, ich würde, ich würde ja, können wir machen muss erst mal gucken ich würde ein bisschen oben und dann so ein wie weit kommen wir dieses oben und dann dass man so Strich und dann so eine Screenshot-Boxen gehen können und so und dass man Wasser da runter springen könnte ja doch also, warte, ich mache erstmal ne Bergausnahme, okay? ich, ich, ich würde das erst mal später machen ja, dass wir ein bisschen Form haben überhaupt ja, aber so einen kleinen Berg ist jetzt, also so einen kleinen Kreis ist auch ein bisschen komisch aus, oder? Citro, ähm, was wir bauen was wir jetzt bauen, ist jetzt ein Community zu bauen ja oder Community Map zu bauen oder, wie bei Gomme ich, ich, ich kann dir, ich kann dir mal zeigen, Warp Spawn das haben wir jetzt schon mal das ganze gebaut hier so kleine Spoiler hier halt bis dann hier hier haben wir alles gebaut hier so, der Luftschiff hier und ein Marco, gell? ein Marco bei Hercules ganz viele Leute haben das gemacht, hier Häuser hier alles fertig ja, die Häuser hast du mit immer gemacht, glaub ich das hab ich nicht mitgemacht und ich hab mit, äh, ja, wie schon mal erst anfangen alles hier vorwärtsereiten und so alles und einmal den, wow, plall das ist geil WPP jetzt, also hier, wenn man es sieht hier, wie man es sieht, hier ist jetzt geil WPP unten ist, glaub ich, noch nichts fertig, glaub ich doch, schon bisschen was einiges aber ich zeig nicht wie es jetzt natürlich wird aber, ansonsten ist es hier ein Server, ja, klar, das ist ein Server das wird, und ist jetzt grad im Aufbau ähm, wir machen, wir schreiben auch eigene Plugins und so weiter und so fort ja, zumindest die Devon Lauper äh, ich muss immer kurz zu dir, zack was auf ist Sand wust nicht Klammer auf, gehen, Komma einfach er steht verrückt ja, es ist ein Server, ist aber nicht von mir sondern von allem von Daniel kann man so sagen, also ein Devon Lauper halt quasi Daniel also dort sieht J.K. oder J.K. oder J.K. oder J.K. ne, der ist jetzt nicht ohne da ist, ich will auch ein Server, hab nicht mehr so, so gegenwalt vorgenommen ja, wir wollen, ich wollte auch vielleicht ein Server machen, aber ich weiß es noch nicht er hat es eine ganze Zeit lang, also Minecraft Server auch gemietet aber da ist nie jemand auch draufgekommen, deswegen hat sich keinen Bock mehr und jetzt sei halt abgelaufen also wenn wir jetzt von Designs, also von Designs gilt vielleicht werden wir den Server mieten und so weiter, dann haben wir vielleicht ein bisschen Glück, dann können wir den Server ein bisschen laufen lassen selber programmieren, eigene Maps bauen und so weiter und so fort wenn man auch, ich werde auch bestimmt Server auch eigene Server bauen natürlich, ich brauche ein paar Boulder halt Oh, der Server stützt jetzt glaube ich ab, ich hab mit der Server gehostet, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ja, vielleicht aber das ist, das ist jetzt kein MC Server, sondern eine V-Serve boah, wie sagt man das V-Server halt quasi, das man jetzt ja, wie kann ich das jetzt erklären vor Server ist halt so ähm, man kann boah, wie kann ich das erklären ähm, da kann man mehrere Server auf einem machen ja, 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 genau, so zum Beispiel, du kannst noch Teamspick noch dazu machen, du kannst noch dies, das aber da brauchst du aber viel man braucht viel Gramm quasi, aber ich will wissen, ich weiß es noch nicht, ob ich welch ein eigenes Server mit V-Server hole oder normal MC-Server hole das weiß ich noch nicht aber bald wird auch bestimmt auch Bewerbungsphase kommen für was? für was? vielleicht kannst du dort bewerben, Moderator oder Supporter oder irgendwas irgendwas vielleicht hast du da Chancen habt ihr, da kommt noch was wo? ähm, gleich kommt er noch was, wenn deswegen hier shit und auch nicht mein neues Video ist online und werbung ihr kriegst ein Band ne, da bin ich ganz warm wo du, warum warum, warum ein, wann fängt überhaupt, warum, drei, ne, warum, vier eigentlich es gibt kein, warum, wahrscheinlich doch es ist ganz geplant doch ist so geplant, aber ich habe ich gehört Ihnen, was mit Dezember oder Ihnen, was Weihnachten halt wie ich es gehört habe letztes Jahr haben sie eigentlich wäre hier schon letztes Jahr am Weihnachten geplant dann haben sie so Sommer verschoben naja, eben wir haben die verschoben und eigentlich sollte er im Winter kommen sollen weiß ich noch nicht naja, ich bin, ich gucke nicht so gerne Baro ja, ich bin, ich gucke nicht so gerne aber das also, irgendwie ist das mir so ja, du guckst jetzt, sie kämpfen sich nur gegenseitig aber ist jetzt nicht so spannend für mich halt oder ich mache ein Baro Projekt mit Baro startet im Winter Mitte Winter ja komm, ich wir machen auch mit, okay Designer machen auch bei Baro mit ja, unser Team ähm Hashtag Raivo Scheiß muss er Raivo Toilettenpapier haha muss er Hashtag ähm Toilettenpapier nennen Raivo Six wir sind Raivo Six Siege ja, Siege Siege das können sie so auf und Twitter so gehen Raivo Six Siege ja, warum habt ihr meinen Namen geklaut do you play haha ihr kriegt jetzt euer Akkord bekommt ihr zum Bann hier ich hab sofort kein Newplay Spiel mehr kaufen ich hab sofort kein Newplay Spiel mehr kaufen da und sich wo hat ja gesagt nice also auch mal jetzt habe ich keine Lust mehr mitzumachen jetzt muss ich will auch mitmachen ich will auch mitmachen auch den Mann dann frage doch einfach ja, genau. einfach einfach richtig aufwendig du musst einfach was er kommt schreibt hallo hallo ich will auch mich bewerten dann brauche ich am Anfang hätte ich gesagt dass er es am Winter macht eine Beschreibung ja keine Ahnung, guck ich mich später an ich baue auch gerade eine Stadt ich baue auch gerade eine Stadt warum bin ich eingeschweckt du siehst mich auf jeden Fall nicht hast du mich gesehen? nein oh mein Gott oh shit okay 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 oh nein pappys k k okay k 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 m Halt. Ein Wasserhahn. Gucken wir hier zu spawnen. Kann man einfach so da rein, dann kann man da hoch. Dann macht man hier halt. Was? Ist das gerade erzählt oder was läuft da? Ich dachte schon Frauentausch. Guck, guck. Guck, guckst du Frauentausch? Schade. Da, ich mach mir jetzt Frauentausch. Frauentausch ist richtig coole Sendung, bin ich. Ich hab nicht mal ein Fernseher. Ja. Musst du so Frauentausch in den Kappenschneidig finden, ne? Mörs war auch mal so, äh, bei uns in der Stadt, ne? War auch mal Frauentausch, ne? Und da war so Kamera und da wollte ich vorbeilaufen, aber ich hatte irgendwie keinen Bock da hinzugehen. Ich guck jetzt Frauentausch an. Andreas rastet aus komplett. Hey, sie kommen. Frauentausch. Ja, nö. Ich will den Regeln nicht verändern. Und dann so, Tizu. Buff. Kennst du das? Mit diesen komischen Fotzenkinder, dieser Mann da. Schrägern. 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 Mein erster Eindruck, als ich sie zum ersten Mal gesehen hab. Hochmusik. Mein Baruch startet nächste Woche. Hochmusik. Hochmusik. Ich sag mal, wie das tut feist, ich nehme ein paar Ausgaben. Spaß. Schrägern. 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 Zitron. Ich kann das mal rennen zwar. Wie Zitrone. Nur Zitro. Ich mach einfach den Streamer. Schau ich bei ihm. Ist dann mal gut orientiert, dass wir noch nie viele machen. Abos. 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 Ah. Was ist jetzt Gestagen? Ich bin jetzt nochmal so, dass ich nichts mehr verstehe. Mein Baruchstabizido, warum kann ich da nicht draufkriegen? Weil ich jetzt erstmal hier Andreas angucke und euch diese gezicke. Andrea oder... Bild war's? Was? Okay. Wer guckt noch mit? Man läuft jetzt eigentlich wieder im Fernsehen? muss schauen von Teufel was soll ich denn schauen was solltet von Papern ich sehe also da hat er Anmeldung man sich mit mitspielen es gibt Namen und von die und Jockey Prozent ab morgen wo er ich möchte ich mich schon an ich möchte man kann ich wobei dies in Google Forms ja ich möchte mich da jetzt auch an warte ich muss mein teammate sagen ja 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 bock auf mal stopp jetzt völlig raus aus meiner Tür hä, wieso ja du hast auch beim Skype um ja wie YouTube oder ähm ja genau alles zusammengeschoben und klein ok Minecraft Name ähm mein Minecraft Name mit Klammern T-Partner ich nenne mich nenne mal Kevin naja wie heißt es bei Ihnen überhaupt ähm ich wollte eigentlich mein Minecraft Name ändern ja kann ich es nicht aber wie viele Leute werden da mit 5.30.000 wie viel auch ne 190 Euro konnte ein paar anmelden da will ich mal so nennen ja warte mal ähm ähm ich stehe mal schreiben wie viele Leute da mitmachen werden muss ähm muss muss ich jetzt auch meine Kanner Link äh machen oder ne ja muss ich machen mit dem von Raybo ich hätte gerne wissen wir mitmachen wie wie viele Leute da mitmachen ok tschüss von mir ja ich bin aber auch du kannst jeden Tag eine Fahre Folge man kann mal in der Woche Pause machen nein werde ich nicht machen ich will aus du hörst auf Teammitglieder und respektiert sie okay man kann mit Streit Streit bestraft werden wer ist denn hier oh Leute ok 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 Stein woß ich jetzt muss ich jetzt eben im Tag Video HoClanivolしてmit Zulust mit den Partnern bzw wie soll Res 베u jaar unser Team Namen nennen okay herstellt aber bei wo um die wo ich immer versteckt werden du hast auch mitglieder und respektiert sie man kann mit strikes bestraft werden ja ich werde respektieren wenn du etwas machen willst was gegen die Wesen ist klar dass er mit einem achten so zieht wohl noch einmal die frage an dich um ein ich könnte mich beim Bauern nehmen ja ich will wissen viele dort mitmachen wenn da acht mitmachen ein ja aber ich möchte ich möchte ja auch keine Videos hochladen auf meinen Kanal 0 weiße ich möchte dann natürlich machen wenn es ein oder oder macht mir immer oder macht mir ein extra kanal ja doch das ist ein extra kanal von 8 26 machen mit okay ich werde mich anmelden okay wir sterben sofort Eltern was extra zieht ruhig ich werde mich anmelden warmheit ich brauche halt nur ein 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 wie heißt es ein Thumbnail dafür ich werde mich anmelden ich werde mich anmelden ich werde mich anmelden wirst du skype jahrox oder nice jahrox jahrox ich skype kurz ähm reib schwöre wir beide minecraft name team partner achso da muss ich nur mein reinkommen hey team name ist hochnäsiger zucker was was ist unser team name hochnäsiger warte warte ich muss jetzt die links von uns renken warte nein wir müssen uns dann richtig geilen machen so so lord ich bin voll euer könig oder irgend sowas hast du geraucht junge ich bin voll euer könig das ist meine und jetzt kommt deiner hat sich voll gereimt so ich hab gesendet da machen 26 Leute mit das sind viele da können wir voll viele abos geilen lol ich war es ich bin ich hier hat doch mal runter das ist das so ein bisschen schwanz um du kannst jeden Tag eine Folge warum man kann ja team an wir brauchen team ja muss man du hörst auf team ist wieder blablabla ja und ja also wir müssen wir können einmal in der Woche Pause machen machen wir aber nicht jetzt brauchen wir nur noch nen Team name ja was soll das so sein ist dann Blume oder verstehe ich mich jetzt da falsch nein du brauchst halt nur diesen ähm schnauze 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 was hat der grau der der redet mit mir halt ne und der skype aber jemanden ne ich glaub das skype ich glaub das ist logischste wo macht der nicht wo macht der nicht stumm gemacht war ich mir nicht klar das ist geraucht hat der geraucht oder wie der was ja dass der geraucht hat das ist ja klar oder schnauze es wird durchgedreht über irgendwas uhr ich bin ich gestorben was ist das in Blumen oder wie ja es sieht so kacke aus ich weiß so was wir tun so sie noch ein bisschen so aus wie so ein Penis ehrlich ich bin guck hier so zu der Penis und dann ich glaube ich mach nicht aus und sterbe ich hier noch ich würde ich würde das weg machen das sieht sie irgendwie nicht so kacke aus ohne rabbel und ich würde das weg machen irgendwie ist es so kacke aus ich weiß machen wir noch weit so jetzt wird so jetzt weg machen ja mach mal dann einfach zu klingeln zum fastbritzen ne ne wir bauen 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 wir die nachdem nicht dungl oder so welche grundsteckische ich finde ihn lieb ist uns bahn so kacke aus im wieso hier oh da ich finde ich würde die Bekommen machen halt das und auf dem Wasser drauf spielen könnten so ich habe es gesendet die die ich kann nicht mehr treiben ich habe keine OP mehr ja ich habe dich deopiert egal Köln die 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 er popp mega edition von freien ab er ist doch Der ist doch ein großer Mark. Ja, irgendwie habe ich keinen Bock mehr zu ballen heute. Ich glaube, ich gehe zurück. Wir streamen jetzt auch keiner mehr dabei, das lohnt sich eigentlich nicht mehr, wann sie streamen, deswegen... Ja, würde ich jetzt auch ausmachen. Ja, also, Jungs, oh Mädels, haut rein. Hauptsächlich, ich bin Jungs wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch müde. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich muss mal verabschieden. Ja, also. Also, auf jeden Fall haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Bis zum nächsten Stream. Wir sehen uns im nächsten Stream. Haut rein, ciao.